Ich brauche mehr Seelen zum Aufwerten der Waffe jetzt. Aber die Waffe fühle ich. Definitiv. Gut, zu den beiden Hunden. Da hinten muss ich ja nicht nochmal hin. Da ist noch ein Hundi. Hast du mich etwa gehört? Das finde ich aber nicht nett. Jetzt lohnt es sich tatsächlich nicht, dann auch nochmal mit den nächsten. Jetzt liegt das Drachkinder unten. Oh wow. Wo kommst du denn her? Du hast aber eben noch nicht da. Na gut, let's go. Okay. Okay. Okay, das ist das ein Hund. Das ist dein Hund. Außerdem brauche ich das Shit für die Ausdauer-Region. Oder? Ach, da hinten kommt der Angelaufen. Oh, okay. Ja, okay. Ich habe es verstanden. Du bist sauer. Oh, okay. Oh, sie ist weg. Oh, okay. Oh, okay. Ahem. Oh, okay. Das ist wahrscheinlich so zur Zeit definitiv, also bei dem wahrscheinlich sogar wirklich das Beste. Ja, doch nochmal auf Ishii Katana zu gehen, nochmal ein bisschen höhere Range zu haben. Ich glaube, die ist tatsächlich zur Zeit auch noch stärker, trotz des schlechteren Scalings. Gut, das ist einfach an mir vorbei, charge mein Freund. I like that a lot. Das hat ihn nicht getroffen, okay. Alles klar. Kommt der jetzt immer wieder von da hinten angestiefelt oder steht der jetzt halt da vorne? Wieder von da hinten angestiefelt kommen wir. Boop. Boop. Ah ja, okay. Ja, ist gut. Hab's verstanden. Junge, ich stehe wieder auf. Mädchen. Ja, danke Kamera. Ich sehe nichts, das ist ja zum Kotzen. Alter, das ist ein Joke, oder? Achso. Ja, natürlich. Ich sehe nichts, das ist ja zum Kotzen. Danke. Und tschüss. Hm. Joa. Spricht Spaß. Ja, spricht pas. Ja, ich sicher kann. Das ist ja passiert. was soll ich denn da bitte gerade ein lebensbalken sind der grund war es nicht der war zu weit weg interesting wie die instant rumragen wenn man einmal ins wasser tritt ist ja schön dass du angst vor wasser hast habe ich auch schon überlegt ja die über die ist ja eigentlich nutzlos die tue die da vorne steht gibt es hier also kann ich mich hier zu einem der kann ich ja gleich mal gucken wenn ich oben wieder und ach so das hat mich getroffen natürlich naja ok gerade so ja da klappt trinken hallo ich habe es verstanden ist okay du magst mich nicht ich mag dich auch nicht okay äh wir machen mal folgendes ähm das ist tatsächlich eine gute idee ich werde mal kurz nach anna london das nehme ich mal gucken ob ich hier auch irgendwo hin teleport ja ok ich kann ins mausoleum teleportieren das müsste ja das hier sein sehr gut das heißt wir gehen jetzt einmal nach anna london anna london si si señor hallo madame was geht sehr gut so jetzt kann ich hier nicht mehr teleportieren aber ich habe ja die alternative kann auch theoretisch einfach einen heimkehrknochen benutzen äh ne das von feier hier ist schneller glaubt ne warte mal eigentlich ist das von feier da schneller ne ja mich zurück tragen lasse und dann da die treppe hoch müsste das von feier gewesen sein ähm 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 hey mister gargäule blitz töner gedöns dinger gedöns da konsequent nehm ich mit ich benutze eigentlich sowieso nie ne ja stimmt Laganne dem Ganz schön tiefer Fallanscheid Stimmt eigentlich auch wieder Ich hab ja wahrscheinlich mehr jetzt genug davon Wo sind sie denn? 14, ja komm So, von hier aus Dann einmal zum Feuerbrand schreien Ist egal, kann ich halt einfach machen So Na guck mal, krieg ich sogar noch einmal Schönen Dank Möchte ich wieder hin Mal schön 20 Estos für den nächsten Try Oh wait, komm ich nicht noch weiter rein? Ach da Ja, ist die Stadt Das wird das Ding da oben sein, gehe ich mal von aus, oder? Ja, sehr gut Jetzt hätte ich da gleich nochmal rasten sollen Naja, ist egal Was sollte ich wirklich tun? Sonst spawn ich ja wieder beim Schreien Äh, beim Ja, doch Beim Feuerbrandschreien Das wollen wir hier nicht Bin dann hier Äh So Und so Ich gerade noch ein paar Seelen überhabe Aber das Katana macht jetzt Ich will das jetzt Nein, ich will das jetzt mit dem anderen machen Ich will das jetzt probieren So I can do this Aber das macht glaube ich noch zur Zeit noch weniger Schaden als das Katana, ne? Ist ja ärgerlich Wenn ich genau Seelen habe zum Weiterleveln Also ich bin Okay Komm Hörst du mich doch schon? Oh du dummes Kötervieh, ey Du misst viel Nein, glaubst du das nicht Nein Das geht nicht Nee, nee Ich werde jetzt noch so 10, 15 Minuten den probieren Und wenn es dann nicht ist, dann glaube ich mache ich für heute erstmal einen Cut So Hey Dragon Was geht? Yo Voll reingerollt Richtig schlau Das ist halt uncool Ah okay Du machst damit ein 360 Ui Holy shit Somebody ordered more range Nein Ich habe es gewusst, dass der jetzt angekommen kommt und habe es trotzdem verkehgt Nein 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 Gibt es eigentlich ein Max-Level in Dark Souls? Oder ist das unendlich? Und man kann halt dann einfach irgendwann... ...dann hat man halt die ganzen Caps erreicht von den Skids. Alles klar. Komm rein. Blöden Mistköter, ey. Oh, kommt der ja schon angelaufen. Hast du diese Hunde? Das geht schon. Da unter dem Wasserfall steckt, glaube ich, eine Truhe. Hey, Mister. Da unter dem Wasserfall steckt, glaube ich. Da unter dem Wasserfall steckt, glaube ich. Das reicht nicht. Ich muss... Ich habe gerade mal... ...ein fünfte Schaden gemacht. Geil, Alter. Richtig gut. Warte mal, ich habe ja noch... Ich habe ja jetzt wieder Seelen... ...die ich hier noch rausballern kann. ...zum aufwerten der anderen Waffe. So, und jetzt muss ich irgendwo zu irgendeinem Schmied, damit das geht, ne? Jetzt ist halt die Frage, zu welchem Schmied. Wir gehen mal... ...dö, dö, 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 dö... ...wo ist es denn? Gemeinde der Untoten, da. Da ist André. Dann machen wir das jetzt noch so weit fertig, dass wir die Waffe noch ein bisschen höher haben. Ich gehe mal davon aus, dass das hier möglich ist. Ich hoffe es. Hi, André. Oh, tatsächlich nicht bei dem. Okay. Dann... ...haben wir ja noch den bei der... ...Prinzessin, den Schmied haben wir noch. Äh, aber erstmal möchte ich gucken, ob das vielleicht in den Katakomben bei dem Schmied geht, weil da komme ich nämlich noch am schnellsten hin. Okay, man, dann muss ich erst an diesen doofen Rittern da vorbei. Naja. Kann ich die nur auf plus fünf verwerben? Das kann ja nicht sein, oder? Glaube ich nicht. Oh, ich kann immer noch nach Anulondo teleportieren. Okay. Äh, Tochter des Chaosabgrund. Nein. Kann man der Prinzessin unter welchen? Hm. Come on, bin ich da hier. Kurze nicht laufen. Und wieder laufen. Uh, voll reingeschummt. Ja, ist gut. Ich weiß, du magst mich nicht. Ich mag dich nicht. Können wir das einfach dabei belassen? Danke. So, jetzt kann man nämlich hier oben langlaufen. Zum Schmiederello. Gucken wir mal, ob wir hier dann die Waffe abwerten, abwerten, aufwerten können. Mein Gott. Nö, geht nicht. Okay. Äh, ja. Ach, okay, hier war ich zuletzt erst. Oh, fuck, nein. Mist. Egal. Ja, ich glaube, ich mache jetzt hier aber tatsächlich auch einen Cut. Äh, wir sehen uns das nächste Mal wieder für die Leute auf YouTube bei Dark Souls. Und bis dahin reingehauen. Ciao, ciao. Ciao.